Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Und das ist für mich etwas Spannend, wenn ich darüber nachdenke, in der Nachfolge Jesu, wie ist das tatsächlich? Der Widerler weiß nicht genau, was das Ziel ist. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß nicht, wie der Weg sein wird. Wenn ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob das falsch ist, ob das nicht im Weg geleitet oder nicht, das weiß ich nicht. Und deswegen ist es nicht.